Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück. Heute geht es um Konstexpressions. Konstexpressions sind um ein kleines bisschen was anderes als Konz und das wollen wir uns heute genauer angucken. Konstexpressions kamen in C++11 dazu, wurden in C++14 verbessert. Das heißt, je nachdem was ihr tut, werdet ihr da Unterschiede feststellen zwischen Konz, Konstexpr und natürlich dann den verschiedenen Versionen. So, wir wollen anfangen und ja, das beste Beispiel sind eigentlich Array-Definitionen. Das heißt, sagen wir mal, ich möchte mir ein Int Array definieren, also sagen wir mal Int R1 von 42. So, das ist natürlich absolut okay und legal. Was ich auch machen dürfte, sind hier oben Makros zu definieren. Also, ich darf hier zum Beispiel len definieren, ähm, äh, Quatsch, ja, natürlich define, ähm, define len dürfte ich machen und dürfte es zum Beispiel auf 10 setzen. Das ist eine Konstexpression, die zur Compile-Zeit schon ausgerechnet wird. Das heißt, die wird ausgerechnet, bevor der Code tatsächlich ausgeführt wird. Die wird quasi direkt ausgeführt, da sind keine User-Interaktionen möglich. Deswegen ist das quasi die, äh, alte Variante von Const Expressions und deswegen ist das eine echte Konstante, genauso wie diese 42, die ich hier reingeschrieben habe. Sprich, ich darf hier auch len eingeben. Das ist völlig legitim und kann ich so durchaus machen. So, jetzt wird es allerdings ein kleines bisschen komisch. Was ich nicht machen darf, ist nämlich folgendes. Und zwar sagen wir hier int, äh, 2, okay, das ist mir zu lang, int, ähm, ja, int x ist gleich 42 und jetzt hier int a von x definieren. Das darf ich eigentlich nicht machen. Und zwar passiert dann folgendes, ähm, ich will das mal ganz kurz demonstrieren. Wir setzen hier a von 0 auf 42, wie könnte das anders sein? Und geben das mal ganz kurz aus. Ähm, jetzt sage ich hier a 1 von 0 und endline. So, wenn ich das jetzt hier starte, dann funktioniert das. Aber laut C++ Standard ist das illegal. Das heißt, höchstwahrscheinlich funktioniert das in den meisten Fällen, aber es könnte sein, dass das Ganze nicht okay ist. Und das liegt vor allem daran, dass ich hier vorne ein int x gleich 42 gesetzt habe und dieses int x, das kann sich natürlich jederzeit ändern. Sprich, ich kann hier zum Beispiel, ähm, mein x einfach überschreiben mit 1337 und zum Beispiel auch von der User Interaktion abhängig machen. Das geht durchaus und deswegen ist das Ding keine Konstante und laut C++ Standard ist das eigentlich nur als Konstante definiert. Ähm, wenn man hier ein Array, ähm, ja, definiert. So, theoretisch und technisch gesehen, ähm, darf ich dann auch nicht sowas machen wie x plus 1 zum Beispiel hier. Also, ähm, sowas dürfte ich hunderttausendmal nicht machen, aber es wird trotzdem in den meisten Fällen durchlaufen. Praktisch ist es aber trotzdem illegal und es ist sogar dann noch illegal, wenn ich das ganze Ding hier als Konst definiere. Also sowas wie, ähm, Konst int y ist gleich x plus 1 und dann hier das Ganze als y mache. Selbst das ist noch illegal, weil eben das hier keine Konstante ist. So, und jetzt haben wir, glaube ich, Konstanten soweit abgeschlossen, würde ich mal behaupten. Jetzt kommen wir zur Const Expression. Ihr seht, es ist eigentlich nur eine kleine Änderung, aber, ähm, kann die Compile-Zeit drastisch, äh, beziehungsweise nicht die Compile-Zeit, aber die Laufzeit drastisch beeinflussen. Denn man kann Const Expression auch auf Funktionen anwenden. Funktionen können Const Expressions sein und werden dadurch hart optimiert, weil wir dem Compiler sagen, die Werte sind allesamt unabhängig von irgendwelchen User-Eingaben. Die sind unabhängig von egal was. Und das ist der coole Unterschied hierbei. Also wir sehen hier offensichtlich, ähm, Konst int y kann von einer User-Eingabe abhängig sein. Hier zum Beispiel, wenn ich hier User-Input als Funktion habe, kann ich hier eine Funktion haben oder eine Variable haben, die von User-Input abhängig ist und trotzdem Const ist. Das heißt, die wird erst zur Ausführungszeit, also da, wo das Programm dann am Ende wirklich läuft, wird diese Variable eine echte Konstante. Davor kann sie sich eigentlich noch ändern. Sie steht also nicht zur Compile-Zeit fertig, ähm, also fest. Der Wert ist nicht fest zur Compile-Zeit. Während der hier oben, der ist fest, nachdem ich fertig bin mit Kompilieren. So, und Const-Expression nimmt jetzt dieses Konzept von diesem LEN hier oben und schiebt das in den eigentlichen Code. Das heißt, eine Const-Expression sagt quasi dem Compiler, der Wert steht schon fest, nachdem du fertig bist mit Compilen. Ja, und genau so muss das dann natürlich auch aussehen. Das heißt, ich kann hier Const-Expr machen, ähm, kann aber zum Beispiel nicht x hierfür verwenden. Also x plus 1, das darf ich nicht. Ähm, so, ich könnte hier jetzt zum Beispiel 1337 reinschreiben. Ähm, und wir sehen hier, wir machen jetzt hier mal wieder x rein. Wir sehen hier, wenn ich das hier starte, dann sehen wir x, ähm, x bezeichnet kein Typ, was? Okay, der Fehler ist ein bisschen weird. Ähm, aber, ja, Theorie, äh, ja, okay, natürlich. Der Fehler ist überhaupt nicht weird. Ich bin doof, ähm, es tut mir leid. Ähm, genau, so. Das wollte ich natürlich erreichen hier. So, ähm. Ich wollte immer noch was anderes erreichen. Ich wollte natürlich eine Const-Expr int haben. So, jetzt aber. Okay, genau. Int x ist nicht konstant. So, und das ist der große Unterschied hier. Wenn ich das Ding jetzt hier Const setze, dann funktioniert das auch nicht. Ja, okay, dann funktioniert das insofern gleich nicht. Gut, dann funktioniert das in diesem Fall wieder mal, weil der Compiler das quasi erkennt, dass das hier eine feste Variable ist. Während wenn ich hier jetzt einfach nur ein x habe, anschließend sage ich x ist gleich 1337 und sag dann hier unten, ich definiere mir mein z als y plus 1. So, dann kann der Compiler hier das, also ich hatte gerade eben im Endeffekt den Fall, dass der Compiler erkannt hat, hey Mensch, das ist eigentlich ein Const-Expr. Du kannst das Const hier vor dem int in Const-Expr umwandeln. Deswegen hat es funktioniert. Das geht jetzt nicht mehr, weil y nicht mit einem konstanten Ausdruck initialisiert wurde, sondern eine Berechnung ist. Sprich, das ist jetzt eine Const und keine Const-Expr mehr. Und diese Const-Expr darf dann also keine, naja, keine Rechnung mehr sein. Die darf nur eine Rechnung aus echten Konstanten sein. Und das ist der Unterschied. Das heißt, Const-Expr garantiert wirklich, dass die Werte schon zur Compile-Zeit ausgerechnet werden. Sprich, die werden auch tatsächlich alle inline verwendet. Überall, wo ich jetzt z verwende, wird am Ende tatsächlich im Code der Wert eingesetzt, sozusagen als Compiler-Optimierung. Und das macht das Ganze nochmal sehr viel schneller, was eigentlich echt faszinierend ist. So, jetzt wollen wir das aber noch ein ganzes Stück weiter bringen. Und hier kommt C++14 ins Spiel. Ab C++11, da ging das auch schon, wie gesagt, man konnte Const-Expr auch schon als Funktion vorher definieren. Und das ist schon ziemlich cool, wenn man sich das mal überlegt. Und zwar, ich habe hier zum Beispiel ein, ähm, ja, sagen wir einfach mal Foo dazu. Ähm, ein Foo und das kann mir zum Beispiel Return 5 abgeben, ja. Dann ist das eine Zahl, die steht zur Compile-Zeit fest, die verändert sich nicht. So, das heißt, überall, wo ich Foo aufrufe, wird jetzt der Wert 5 inline reingeschrieben. So, aber der Unterschied ist, bei Const-Expr kann ich sogar noch krasseren Shit machen. Das heißt, da kann ich richtig heftige Sachen eigentlich machen. Und zwar, ich kann hier Parameter entgegennehmen, die müssen aber natürlich Const sein, ja. Die müssen Const sein, die dürfen nicht irgendwas anderes sein, ansonsten geht es nicht mehr. Ähm, und jetzt kann ich hier tatsächlich hergehen und kann schreiben, so was wie Return. Return, und jetzt mal gucken, wem auffällt, was das Ding eigentlich ist. Return n gleich gleich 1 oder, äh, doppeltes, oder n gleich gleich 2. So, und jetzt wird es spaßig, Fragezeichen 1, Doppelpunkt Foo von n minus 1 plus Foo von n minus 2. So, was habe ich hier gerade geschrieben in einer Zeile? Abgesehen von dem Semikolon. Richtig, Fibonacci, Fibonacci-Funktion. Ähm, das haben wir gemacht, als, ich weiß nicht, ob wir das bei C++ auch gemacht haben, aber das ist im Endeffekt eine rekursive Funktion, die gibt 1 zurück, wenn n gleich 1 ist. Sie gibt, ähm, oder besser gesagt, sie gibt n zurück. Ähm, sie gibt 1 zurück, wenn n gleich 2 ist. Also, wie gesagt, sie gibt hier 1 zurück, sie gibt hier 1 zurück, oder, falls das nicht der Fall ist, also, falls n nicht 1 oder 2 ist, gibt sie eben hier Foo von n minus 1 plus Foo von n minus 2 zurück, was im Endeffekt eine rekursive Funktion ist. Das heißt, wenn wir hier jetzt Foo von 5 reinpacken, dann rechnen wir aus Foo von 4 plus Foo von 3. Wir rechnen für Foo von 4, 3 plus, also Foo von 3 plus Foo von 2 aus, und Foo von 2, naja, das ist ja hier gerade 1, also geben wir da schon mal 1 zurück und so weiter und so fort. Ähm, Rekursion werde ich hier jetzt nicht nochmal neu erklären, das ist, wie gesagt, hier, ich setze das unter Programmiere Voraussetzung. Ähm, und ja, das ist jetzt tatsächlich eine rekursive Funktion, also wirklich was, was berechnet wird. Der Unterschied ist, dass es eine constexpr, weil wir es nur mit einem constint aus, aufrufen dürfen. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz nach, wie wir das ausrufen, aufrufen dürfen. Ich mache das hier jetzt mal ganz kurz in einen Kommentar, damit ihr nachher noch den Code zur Verfügung habt, aber ich, ähm, trotzdem hier weiterschreiben kann, ohne dass mir das abstürzt. Und ja, wir machen jetzt mal folgendes. Ähm, wir geben jetzt einfach mal das Ding aus, Cout für Foo von 5. Endline. So. Und jetzt wird das tatsächlich zur Compile-Zeit schon berechnet. Und gut, ich hatte einen... Moment. Okay, das, äh, sollte so definitiv nicht sein. Ähm, wir müssen das hier natürlich noch erstmal in einen String verwandeln. So. Und schauen wir mal ganz kurz, ob das wirklich jetzt ein Overflow hier schon ist. Das kann eigentlich nicht sein. Ah, ähm, ich habe, glaube ich, hier drüben noch die Funktion schon Foo genannt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unpraktisch, möchte man behaupten. Ähm, ja, ich werde diese Funktion hier in... Ja, ihr habt ja schon herausgefunden, was das eigentlich ist. Ich werde sie in Fibonacci umbenennen. Weil die scheinbar Compile-mäßig ein bisschen schwierig sind. So. Okay, jetzt starten wir das Ganze nochmal. Und genau, wir sehen jetzt hier 5. So, ähm, die fünfte Fibonacci-Zahl ist witzigerweise tatsächlich 5. Aber wenn wir hier eine andere Zahl eingeben, also zum Beispiel sowas wie, sagen wir mal 10, dann, ähm, ja, dauert das ein kleines bisschen länger sogar. Und ist 55. Das stimmt auch. So, und der Unterschied ist jetzt, wie gesagt, hier, dass ich hier das Ganze konstant berechnet habe. Das heißt, zur Compile-Zeit schon berechnet, was natürlich zur Laufzeit einen sehr viel schnelleren Code zur Auswirkung hat. Weil im Endeffekt alles hier schon zur Compile-Zeit ausgerechnet wird. Das heißt, hier wird tatsächlich zur Compile-Zeit die Fibonacci-Folge ausgerechnet für den Wert von 10. Jetzt, wie ist es denn, wenn ich hier Y reingebe? Nun, dann sehen wir hier, dann sehen wir hier, oh, dann sehen wir natürlich, dass es verdammt lange dauert, weil es eine riesige Zahl ist, weil ich hier Y auf 1338 gesetzt habe. Oh mein Gott, das ist natürlich deutlich zu viel. So, ähm, wir sehen hier, dass es auch trotzdem funktioniert, obwohl ich hier tatsächlich, ähm, vorher was verändert habe. Also, der Unterschied ist jetzt natürlich, hier kann der Compiler nicht wirklich das Ganze schon zur Compile-Zeit ausrechnen, was hier passiert ist, sondern er muss es halt erst errechnen und das halt zur Laufzeit, weil eben hier eine Berechnung durchgeführt wird. Aber es zählt trotzdem als Konstante, weil hier der Compiler trotzdem davon ausgeht, dass das hier eine Konstante ist. Und ja, das ist der verrückte Unterschied hierbei. So, ähm, ja, das ist eigentlich alles, was wir zu ConstExpro wissen können. Ähm, ich würde tatsächlich eigentlich empfehlen, äh, ConstExpro immer zu verwenden, wenn ihr könnt, weil es eben, wie gesagt, die Zeit deutlich runtersetzt, die der Code teilweise braucht. Ähm, einfach hier reinzuschreiben, ConstExpro vor die Funktion, das führt schon wirklich zu einem großen Unterschied. Wir wollen das mal ganz kurz noch machen, ähm, und zwar, ja, vielleicht im nächsten Video mit einem kleinen Benchmark. Da können wir uns dann auch tatsächlich direkt die nächste Funktion aus der, ähm, aus der Standard Library angucken. Und ja, das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.